Es gilt ja als eine etwas leichtere, umso mehr darf man vermeintliche Außenseite nicht unterschätzen. Die Schweiz hat ja die ersten drei Punkte gegen Ecuador ja schon eingefahren. Guten Tag, willkommen hier in Porto Alegre. Erste Spiel in diesem schönen Stadion von International Porto Alegre. 18 Grad im brasilianischen Winter. Das ist der südlichste WM-Ort. Die Hauptstadt des Bundesstaates Rio Grande do Sul. Die ganze Stadt ist blau, besser gesagt blau gekleidet. 17.000 Franzosen, viele, viele Honduraner gestern auch in der Stadt, die schon gemeinsam auf der Fennmeile gefeiert haben. Und hier kommen die Franzosen. Baran war da zu sehen von Champions League. Gewinner Real Madrid, eine beiden Innenverteidiger. Er ist der Anbieter von Real. Wenn sie macht. Offensiv auf der rechten Seite wieder ab. Der kleine Mann von Alepid Marseille. Badmenau hier, Paul Popper. Der großgewachsene Mann von Juventus Turin. Und hier ist der kommende Superstar und der Schiedsrichter aus Brasilien. Sandro Richi haben die Transmode so ein bisschen unter Druck gesetzt. In jede Chance, sagt er, in der Pressekonferenz. Er wird schon dafür sorgen, dass diese Härte, die vermeintliche Härte der Honduraner, rechtzeitig unterbunden wird.